Uuuh Schild Metro ich hab's sowieso ein bisschen leichter leichter, weil ich ja hier die ganze Zeit aufnehme das ganze hier ein bisschen sammeln 2.0 2014 ist eigentlich totaler Fail das kam ja schon wie Xbox 2 letztes Jahr raus stimmt also gar nicht ich weiß nicht ob sie dann 2013 reingeschrieben haben bei denen aber naja hier guck mal hier hast du zum Kannst du den Samsturm eigentlich auf der Xbox 2 auch? Jaja das gibt's auch alles ganz normal das gibt's alles aber sieht schlecht aus oder? keine Ahnung also diese Kantenklettern fehlt total ja weil das Problem ist die die Entwickler müssen erstmal mit den ganzen neuen Systemen klarkommen wir wissen doch alle guckt euch doch mal die PS3 und Xbox 360 an was sie zum Schluss noch raus holt aus diesen alten Gammelkisten im Endeffekt wenn man's mal so sieht guck dir so langsam was an ja im Grunde genommen äh sau alter PC halt zack wo müssen wir denn hin um B1 hinnehmen ganz weit weg 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 überraschung und da geht der Übungssexion ja was man sich das hier abgeht das ist Metro ne das ist Metro da Metro heißt eigentlich nur noch Munition an den Parken und weg die Scheiße die F2000 freischalten was die F2000 freischalten was musst du dafür tun 10 Kills in der Metro ich glaub einer hab ich schon 10 Kills in der Metro und in den B1 10 Kills noch mit welcher Waffe und äh zweimal ähm Bestimmte Waffe es ist Ribbon ich glaub nicht du brauchst irgendwie ein Assault Rifle Ribbon und zwei ist es Ribbon aber bei der BH sieht das gut aus ich denk doch an die Fahrschule hier sind doch noch Fahrschule jetzt ne ja die sind Fahrschule hier vorne da kannst du einfach hochkommen ist bisschen besser für die die von unten kommen eigentlich aber nicht wirklich ja ein bisschen asozial dadurch dass jetzt alle so viele äh Granaten dabei haben also da ist jemand ein 15er Killstrike wer ist er denn? so was 5 Killstrike ah ne 5 Killstrike der hat noch ein komischer 1 davor naja ist immer so aber in derweck hast du jetzt hier schon so gut wie gewonnen weil halt äh Cento einfach einen kleinen Penis hat ja ich hab gerade gekommen Hallo Cento grüß dich grüß dich grüß dich grüß dich grüß dich ah schulds in der Box war gestern übrigens auch sehr lustig warte der kommt um die Ecke mit der Shotgun und ein paar Puffen weg oh shit ihr sekt ist dort hä? ist sekt äh gut so die BF3 Maps ab noch ich bin gerade Metro wir können uns nicht konzentrieren weißt du Metro und so Brainer abk ich brauche nur schnell zu was ist das denn hier? was ist denn schnell zu? hier ist der Weg hast du Licht? jetzt nicht mehr Puffition Puffition kommen wir runter? ja komm mal wir kommen dann wieder wenn das Update fertig ja ja bis später also eine Stunde oder zwei Stunden dann hast du dir etwa ähm Ghostbusters draus gemacht? ja ich konnte es mir aus dir raus kopieren hast du geguckt wie das mit der Konsole funktioniert? ja ja hab ich ich hab das auch hier der Honi hat mit der ganze Seite dafür mal gestern gezeigt hab ich mir so ein paar Sachen kopiert aber ich musste bei dir nur drauf gehen und Emblem in meine Galerie kopieren machen ich hab die glaube ich freigestellt ja ja die habst du mal? kacke ey ja ne ich komm mal raus aber äh ne ich find das geil ich dachte vielleicht sollte man das andere mal mit dem WWG machen das ist das Logo rein weißt du? das ist so Ghostbusters cool ja ja ich hab jetzt erstmal ich fand ich hab jetzt Krümmelmonster ja das hab ich mir auch noch alles von dir kopiert hab ich mir alles kopiert nicht schlimm ja die kannst du ja eh auf der Seite aller aller eins ich hab das Ghostbusters Logo da ja auch nochmal gefunden ich hab das damals bei Reddit hab ich mir die Sachen alle herge... aber ist schon cool die Sache aber klar dass es funktioniert ich mein das ist ja nur Java Script dass du da ausführst und du sagst einfach das und das hinzufügen das ist ja nicht Schluss ach geh doch weg du scheiß Tür ey die Türen haben sie mittlerweile auch nicht weg gemacht ey oh komm schon die müssen wir nur behalten sonst ist Arschkarte hier jetzt hatte ich ein bisschen Leck oh Gegner ok den haben wir wieder den hab ich auch wieder ich muss jetzt nicht von hinten rum fangen die waren da irgendwo draußen Leute gibt's einen anderen Weg noch von da Leute ja man kann jetzt auch hinten rum wie krass ist das denn wie hinten rum danke ne komm man irgendwie nicht das ging nicht Dein ist los ja aber ich glaub hier ist ein Weg das normalerweise ja das kann sein dass die weggesprengt haben hm oder vielleicht ist der nur im Rush an oder sowas keine Ahnung ich frag mich was leichteres oh man eine Rush durch boah ich bin reingegangen der ganze Ding ist sofort gemacht geil oh macht das Spaß ich liebe Metro Metro ist einfach so geil ich will das mal bei WXP vorschnitt WXP kommt ja dies Wochenende wieder ich wette du siehst ganz ganz viele Metro-Oni-Server die Chris Eisner Metro ist das neue locker ja genau im Endeffekt stimmt genau nur was es noch ein bisschen enger ist hier für dich zumindest wir wollen stiefel stiefel getötet ich glaube ich hör schon ein Ticket ablaufen von irgendjemandem hier haben die irgendwas nö dann durch dann durch ich weiß noch den Eintrieb du kannst ja schön hinterm Zug lang laufen aber da ist mittlerweile auch Wasser hier drinnen in der Bahn ja aber da kann man durchlaufen naja aber ist ja geil wenn du so einen Knopf hättest wo das Wasser so unter Strom geraten und schickte von der Verschütte den heute hat auch drei Prozent er hat mich auf jeden Fall mich auch die Formel hat und das war ich er hätte auf jeden Fall mit einem Magazin drei Stück geholt für die Erbicke auspacken und auf die Sien und zwei Minuten schon dann kriegt man eigentlich mal so ein hilfe-ribbon ja wenn ich eine an wenn du den anschließend ich ihn töte in dem gang im zwischenstück weiß nicht wo das ist aber wenn wir jetzt gleich ziel genommen haben sie wirklich verloren schon ich konnte jetzt übel reinsprayen hä, im drüben nach dem scheiß gang spawn sterben spawn sterben naja das ist so lifetime of metro ja es geht auch besser also wenn du deine stats versauen willst musst du nur metro spielen ja was kann man bei dir noch versauen du bist doch bei 0,6 du doch auch nicht viel besser 1,6 ich juckt das ja auch nicht so und bitte? ich spiele das spiel weil ich spaß daran habe weil ich irgendwie geil sein will ne ich eh aber komischerweise kann ich es auf Xbox besser spielen ich weiß nicht warum ich finde ich komme mit dem controller aber besser klar vielleicht sind sie dir alles schlechter auf der Xbox nö weil wahrscheinlich weil die einfach mit dem controller ja kann auch sein weil die einfach mit dem controller nicht so klar kommen wie ich ja ne ich kann den controller so überhaupt gar nicht da würde mich jeder abziehen ach nach einer Übung kriegst du das auch hin genau das ist die PC ich mir konnte da am Anfang auch nicht so ich bin halt auf PC groß geworden aber ich weiß das nicht ne ja wobei so die Konsole war ja auch ein gut übernahe im Haushalt drin also die Waffe nehme ich bestimmt nicht noch mal die ist asozial ohne Visier auf Metro alter Schwede ja die Würde so verkackt man auf Metro alter 10 genau das mein vierfaches immer rein kein zweimal bitte was haben wir eine Adaptive nehmen wir mal sagt das passt du passt zu der BKG nehmen wir mal der BKG ich glaube die diese die ganzen anderen Maps sind jetzt alle leer die sind ja alle mit 2nd Ersatz er hat die viele war es kein Prozent Medina schon tot wenn man M320 E-Granade Prozent asozial vielleicht sollte man den Rauchbit nehmen aber egal, wir haben trotzdem gewonnen 1 Runde 10 Minuten win ja du brauchst auch nicht die Sucks guck mal das war unser eigenes Team ich meine dir das auch einfach ernst